Irgendwie geht das ja im Leben nicht auf. Warum nicht? Weil das den Männern zu anstrengend ist. Männer wollen keine Frau auf Augenhöhe, sondern die heiraten, oft beobachtet im Krankenhaus, der Chefarzt heiratet die Pflegedienstleitung. Ich habe noch nie eine Chefärztin erlebt, die eine männliche Pflegekraft geheiratet hätte. Auch weil männliche Pflegekräfte sich nicht zwingend für Frauen interessieren, aber daran liegt es nicht alleine. Denn auch der Manager heiratet seine Sekretärin. Und wenn dieses Spiel so läuft, dann sieht man automatisch, zwei Gruppen bleiben übrig. Schlaue Frauen und dumme Männer. Jetzt läuft vielen ihrer Fans einiges klar. Und das sind nicht die hier, die gucken auch gerade gar nicht zu, deswegen können wir offen reden. Aber die gucken zu. Ja, die gucken zu. Aber jetzt ist ja früher, war ja die Welt in Ordnung, wenn man die schönste oder der schönste im Dorf war, dann hat es ja gepasst. Aber im globalen Dorf wird der Wettbewerb ja immer härter. Menschen vergleichen sich mit Menschen, die sie überhaupt nie sehen werden. Und das Kuriose ist ja, dass diese Männer immer noch im globalen Wettbewerb reich genug sind, um schöne Frauen aus Thailand zu importieren. Das heißt, hier bleiben Männer übrig, die ziehen jetzt noch weitere topgepflegte Männer hier nach Thailand. Die Lage für die gepflegten und schlauen Frauen wird immer einsamer. Das heißt, was können die machen? Die können sich mit einer anderen Frau zusammentun, die können sich einen Mann teilen. Polygamie ist auch in Deutschland gesellschaftsfähig. Die serielle Monogamie, Ära Schröder-Fischer. Oder das Modell Piëch. Vier Frauen, zwölf Kinder. Das Teure daran sind vor allem die Anwaltskosten. Anwaltskosten, genau. Und dann können die Frauen sich inzwischen aus diesem Statusspiel auch befreien. Das heißt, wir sind heute in der Lage, dass schlaue Frauen brauchen keinen Mann mehr. Das heißt, die amüsieren sich auch gut mit einem jüngeren Liebhaber. Liz Taylor sagte auch, jede Frau sollte einen jüngeren Liebhaber haben. Der weiß nicht, was er tut, aber er tut es die ganze Nacht. Also, wenn man sich das einmal klar gemacht hat, weiß man, was man tun kann.